YouTube Ganz zufällig Holz So, wir haben genug Holz Für ein Fundament Brauchen wir aber den Hammer in der Hand So ist es Jackson Ähm, das machen wir So Ich weiß gar nicht, wo wir das hin tun Hier, da ist eine schöne freie Fläche Ich glaube, hier könnte man anfangen zu bauen Bauen, bauen Bauen, schön Zuhause Ich baue mir ein Zuhause Das ist fertig, warum macht es nicht Oder so Gut, das erste ist durch Kriege ich gleich noch eins hin Nein, dann brauchen wir wieder mehr Holz Nur bloß keine Balmen zerlegen Ich hänge voll fest So, so kleine Dinger kann ich ruhig zerlegen Aber Balmen lasse ich liegen Liegen, leben, stehen Irgendwie wird mir gerade keine Quest mehr anzeigt Bedeutet, ich darf jetzt alles craften Was ich möchte Das nächste wird eine Axt sein Schätze ich Vielleicht Oder doch nicht Ein Speer Um Fische zu fangen Ja, natürlich Vielleicht Oder doch nicht Unwetter Unwetter, Bruder Nicht geil Das heißt, es wird Zeit Oh, ich habe keinen Platz mehr What the fuck Oder ich brauche schnell Sicheren Platz Wow Na, wir drehen das so live Oder na, fast schon so Geil Kackes Unwetter hier Ah, warte Ich mache kurz Platz im Inventar Das war's mit Platz machen Ist ja gerade wieder nachgewachsen Habe ich den nicht gerade weg gemacht Oder habe ich den einfach nur nicht gesehen Das kann natürlich auch sein Aber ich habe keinen Platz Okay, warte Die bleiben ja eh liegen Das ist ja nicht Wir machen so eine kleine Hütte Muss echt nichts Großes sein Ich bin nicht anspruchsvoll Es passt so So Dann holen wir uns noch das andere Holz Na, schau Die Dinger wachsen alle wieder nach Oder kann das sein Dass ich die einfach alle mal übersehen habe Aber ich glaube nicht Äh, woran ich denn hin? Äh, was ist das? Oh, da möchte ich jetzt nicht mit meinen Mit meinen Floßding jetzt hier Draßen herumspazieren Oh, lass gucken Äh, Window Wir brauchen das hier Ah, das kostet nur drei Holz Das reicht vollkommen aus für mich Hä, wieso kann ich Ah, hier Wunderschön Wunderprächtig Gut Ähm, eine Tür Kostet ein Saal Okay Macht aber gar nichts Ich glaube Wir haben genug hier Wir haben hier genug liegen Um uns noch ein Saal zu machen Aber wie viel Holz hat das kostet? Das weiß ich jetzt gar nicht Ich nehme das immer weg Also jeweils Entschuldigung Ah, habe ich sogar ein Stecken Okay, cool Ah, kann ich nicht nehmen? Ah, das ist Yuka Hoppala Holz Nee, hier nicht Warte mal Hier war doch noch was Hier Nimm das Nehm Da muss doch noch irgendwo was sein So ist er nicht Super gut Muss doch noch Da muss doch noch Es wächst doch nicht nach Ich habe keine Ahnung Ob das nachwächst Diese Dinger würden mich interessieren Hier Ob ich mit denen auch was machen kann Aha Gut Ja, da liegt es Super Super geil Endlich wieder schön Wie geht es mir eigentlich? Ja, okay Trinken und essen Wird langsam wieder Zeit Ein bisschen Ah, ein bisschen Zeit Haben wir aber noch Geht schon Das geht schon So Achso Stimmt ja gar nichts Ich brauche Ding Ich brauche Ding Klatsch hier hin Gut Dann ne Tür Zack Open the door please Close the door please I'm so happy Helfer Helfer Aha Sola Gut Dann brauchen wir Wände Und was ist das? Floor Da haben wir dann das Dach Okay Ja Kriegen wir ja hin noch, oder? Heute müssten wir ja noch Unmengen haben hier Hoffentlich Weil für die Wände Brauche ich ja auch nur Holz Also auf den Shit Kloppe ich hier hin Ähm Dann nehmen wir uns Wieder das Messer in die Hand Es hält noch ein bisschen Da haben wir nicht mehr so arg Da haben wir ja schon Bedienter als das Messer Wir craften uns ne Hütte Und wenn dann Zombies kommen Können die mal furzen gehen Weil Schwimmen ist nicht drin Eigentlich habe ich gar kein Problem mehr Ne Weil Wasser kriege ich so Und Fische gibt es hier unendlich viele Ich brauche immer nur Holz Um Mir ein Lagerfeuer zu machen Eigentlich lebe ich Könnte ich gut leben hier Ohne Probleme Eigentlich haben wir überhaupt keine Probleme hier Oh das war nur zwei Mehr nicht Okay Die beiden will ich nicht Hier Kann ich überhaupt noch eins nehmen Ich glaube eher weniger Ich glaube eher weniger Ich glaube wir platzieren jetzt schon nochmal Ich habe ne geile Hütte Schmeiß danach eine Party Keine Ahnung Lass mich in Ruhe So hier ne Wand Platzieren Oh ich hoffe der Hammer hält noch ein bisschen Wie lange das dauert Eine Wand zu machen Ich glaube ich habe genug Holz Für noch ne Wand Bin aber nicht safe Ja natürlich Geht sich noch eine aus Glaube ich eher weniger So Das war es jetzt da Wie viel kostet eigentlich das mit Fenster Drei Ja den machen wir da hinten Warum Weil ich möchte diesen Busch anstarren Wenn ich aus dem Fenster gucke Absolut logisch oder Warum da hinten mit Fenster Ich verstehe es nicht Ja keine Ahnung Oder wenn es günstiger war Eigentlich hätte ich welche gemacht Auch ohne Fenster Juckermini Ich muss ja nichts rasch haben Es ist ja nur Um die Die stimmische Nächte Hier zu verbringen Also ein bisschen Holz Müssen wir jetzt noch holen Ich hoffe ich finde noch was Die Frage ist Kann ich eigentlich Oh ne der Hammer Der Hammer macht immer lang Kann ich eigentlich das da Macht zerstückeln Ich weiß nicht Oder brauche ich hierfür die Axt Oder es bewegt sich auch gar nicht Ich glaube hierfür würde ich die Axt brauchen Gut Na zum Glück haben wir hier noch ein paar Oh das geht gut Ah das ist Jucka Das lassen wir jetzt mal gut sein Ich glaube du gibst dir Du bist einfach nur unnötig Ey wir haben hier fast gar nichts mehr Zum abholzen Das ist unglaublich Wie wir abgehen hier Oh ja das gibt gut Geilo Ich glaube ich kriege es fertig Also die Wände zumindest Oh schau wie schön Das Arsch hat Oh wie geil Alter Wie geil Hier hätte ich ein Fenster gebracht Na geil Alter Wir machen hier ein Fenster Aber hier Sonnenuntergang Hast du Wäre auf jeden Fall viel schöner Brauchen wir noch ein gutes Bild Ja geht jetzt nicht So Geil Alter Das ist hebsch Hebsch Weiß kann doch von euch Was hebsch bedeutet Ich lebe mich auch nicht So wir machen mit Fenster Hier Kostet einfach weniger Nein der Hammer ist am Arsch Oh Gott Was kostet mich der Scheiße ich brauche noch ein Saal Dammit Ich glaube mit Saal wird nichts mehr Das reicht absolut Mein Lagerfeuer ist da hinten Warte mal kann ich das Wow Bruder mach so Geil Und ich glaube Das war das fürs Feuermachen Ah ich hab Feuer machen ist echt scheiße Das hört man voll Ah ja also gut Also müssen wir für noch einmal anfangen Wir kommen Oder so schnell ist das gar nicht Gut Nein das wollte ich überhaupt nicht so Hä warum geht das nicht Ey Oh ja geil Das war gut Ich krieg das nicht hin Weil ich vielleicht kein Kein Stock in da Oh ja ich hab einen Stock Hä was soll denn das Oh da ist was Ist das vielleicht kaputt Ist es schon im Arsch Es ist im Arsch oder Ich glaube es ist es ist im Arsch Scheiße Scheiße Dann müssen wir uns Unbedingt Dann müssen wir uns unbedingt Was anderes schnappen Ich komm gleich Wir holen einen schnellen Fisch Das dürft doch gar nicht schwer sein Hey komm her Nehm auch Nehm auch Vielleicht nicht werfen Hey come on Mit dem muss ich doch Fische fangen können Nein das geht gar nicht Das geht gar nicht mit Speer Oh scheiße Ich brauch das andere Ding Ich brauch das andere Ding Zum Fische fangen Das ist es Das ist es nämlich Na super Aber mit dem Speer kann ich das nicht Da hier Natürlich So war das Absolut logisch Ich dachte ich Entsperre würde reichen Tut es aber nicht Das ist nur der Schatten Eines Fisches Gut wir haben einen Nein Ach Gott Jetzt regnet es geht sowieso nicht Gern mir da ne Fuck Gut das ist ein anstrengender Spiel Jetzt muss ich mir Jetzt muss ich mir ne Kokosnuss holen Jetzt finden wir hier zwei Steine Die Steine gehen mir auch aus Ich bin einig Ich bin einig Jetzt haben wir wieder ein verkacktes Unwetter. Ach, no, Alter. Das ist einfach zu hardcore hier, das Spiel für mich. Oh, hier wieder nachgewachsen. Jetzt irgendwelche Bäume. Oh, wir haben Tag 3 schon. Das sind voll so Waddle Boys. Wie schaut es eigentlich aus mit einer Axt? Ah, nee, hier war es. Nee, hier war es. Eine Axt wäre... Okay, ich brauche ein Saal und zweimal Steinmesser. Dann kriege ich eine Axt hin. Aber wenn das Wetter endlich aufhört, wenn das Wetter besser wird, mache ich mal sofort das Fleisch, den Fisch. Ich habe hier keine Bäume mehr zu fällen. Aber warte, ich habe sowieso keinen Platz. Das ist ja cool, dass das immer wieder nachwächst. Aber wenn ich keine Bäume habe... Ohne Holz bringt mir das leider auch nicht viel. Ja, gut. Machen wir das so? Nein. Wo machen wir das? So kommt es wieder her. Trinken müsste ich es nicht, aber ich könnte es eigentlich theoretisch trinken. Dann klappen wir das. Dann klatschen wir mal drauf. Oh no. Okay, kurz Messer weg. Ah, geht. Wird. Wird, wird, wird. Es wird langsam. Ein Holz hätte ich. Das kriege ich auch hin. Aber Steine habe ich nicht. Oh ja, warte. Hier ist kein Stein. Ich brauche nur zwei, gell? Hier hinten könnte auch noch einer liegen mit viel Glück. Oder sind die auch unter Wasser? Sind doch Steine unter Wasser zu finden. Ah, ich weiß nicht. Könnte ja eigentlich möglich sein. Ah, hier. Gut. Okay. Okay, 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 okay. Gut, 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 gut. So. Ich brauche eh nur zwei, oder? Ja, natürlich. Ich brauche nämlich nur zweimal dieses Ding hier. Dann ein Seil. Okay, pass auf. Wir holen uns noch schnell solche Dinger. Hier. Komm, nimm das. Dann. Weil vielleicht kriege ich mit der Axt, obwohl es gibt bestimmt eine Spitzhack ja auch. Oder? Nee. Oh, ihr da. Mit denen kriege ich dann die Sterne. Aber ich brauche auch eine Axt. Es geht nicht anders. Ich brauche eigentlich alles. Gesamtes Werkzeug brauche ich. So, einen noch. Hammer bestimmt schnell. Oh, ist das wieder schöner? Oh, die Sterne. Kann ich nicht nehmen. Lass ihn liegen einfach. Ich brauche noch einmal so ein Ding. Oh, was ist mit dem eigentlich? Nix. Kann auch mal ein Furzen gehen. Aha, was haben wir hier? Oh, lass ich noch. Hier. Geilo. Geilo. Dann. Wir machen das so, so. Und zack. Dann. Machen wir das so. Und nochmal so. Dann. Dann. Was war da oben? Hier. Zack. Zack. Nehmen. Zack. In die Hand nehmen. Und los drauf. Los kloppen. Wie schaut es denn aus mit Essen? Ah, den Fisch wollte ich mal machen. Platz habe ich gerade gar nichts. Mal kurz hier troppen. Ah, ja, come on, Alter. Das ist immer so ein Scheiß. Ich hasse das. Ich will dir nichts sagen, aber er bohrt gerade in den Sand ran. Er macht sich gerade ein Kackloch. So schaut es aus. Er macht kein Feuer, macht sich Kackloch. Okay. Okay. Das Licht lassen wir auch hier. Das lassen wir jetzt kurz brutzeln. Ich will kurz testen jetzt da mal die Axt. Aha. Es tut sich was. Jo, geilo. So. Leck. Oh mein Gott, das war zu kurz. Ja, weil es wieder auskotzt. Okay, das war zu kurz. Scheiße. Fuck. Ich dachte, das reicht. Wie lange machen wir schon? Oh, geil, Alter. Zu lange. Ich will aber endlich fertig werden. Ne, wir machen mit Fenster. Kostet fast nicht zu viel. Also kostet nicht zu viel. Deshalb. Kriege ich nochmal? Nein. Nein. Also gut. Dann holen wir uns noch ein bisschen mehr Holz. Okay. Aber wie lange muss ich da drauf knüppeln? Knüppeln. Gut. Geil. So. Es wird langsam. YouTube. Es wird langsam. Also wir sind schon auf dem richtigen Weg. Nur mit Fenster jetzt. Ich mag einfach die Aussicht genießen. Das ist der Grund. Nicht weil Materialmangel oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin Survival-Experte. Ich weiß, was ich tue. Aber ich möchte einfach nur die Aussicht genießen. Das ist der Grund, warum ich jetzt nur Fensterdinger baue. Einmal noch. Einmal noch. Ich mache das hier. Ich kann das. Okay. Und dann brauche ich das Dach. Ich habe sowieso keinen Platz mehr. Komm. Wir sind jetzt nicht so. Wir machen das zu. Obwohl das wäre auch eine schöne Aussicht gewesen. Aber egal. Okay. Okay. Super gut, Alter. Geh rein. Aber warum muss ich springen? Das ist kacke. So. Jetzt machen wir das mit dem hier. Brauche ich vier. Okay. Aber meine Base steht, ne? Halbwegs, ne? Das ist schon in Ordnung. Mein Zuhause hier. Auf Weiband. Muss man gleich mal speichern gehen. Oh, ich bin richtig erledigt. Weißt du was? Ich hole mir noch schnell einen Fisch. Den bereite ich mal schnell zu dann noch. Da, Nemo. Nemo, komm her. Was ist das Fisch, du? Okay, wir gehen weiter ran. Nemo? 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 Du? Ich habe dich. Oh, gross. So, ich denke, Fische müssen einfach länger, länger brutzeln. So ist es nämlich. Fische müssen einfach definitiv länger brutzeln. Bis dahin lasse ich es jetzt mal brutzeln. Es ist einfach, der war einfach noch roh. Das war der Grund. Ein roher Fisch ist einfach nicht geil. Aber wir holen uns jetzt noch ein bisschen Holz und schauen, dass wir einen Teil des Daches schon machen. Wir sind eh schon bei 31, 32 Minuten so. Ähm. Muss jetzt nicht unbedingt so enorm lang werden, ne? Ah, warte. Was ich schauen wollte? Nee, geht auch nicht. Okay. Kacke. Dreh dich, du Arsch. Ich glaube, ich muss das von drinnen machen. Nein? Ey, was soll denn der Dreck? Geht das nur so? Achso, ich weiß schon, weil ich immer nur ein... Ein... Okay. Ja, ich muss das so machen. Oder nicht? Scheiße. Habe ich jetzt Scheiße-Bart? Ich glaube, ich habe Scheiße-Bart. Ich glaube, ich habe Scheiße-Bart. Es hat sich einfach nicht gedreht. Man hat es gesehen. Äh. Das ist Mist. Was hätte ich machen sollen? Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Gar nicht, oder? Vielleicht, wenn ich eine Axt in die Hand nehme. Wir haben... Ich halte es mal ein paar Mal drauf. Vielleicht verschwindet es ja. Und ich kriege das Material. Oh ja, es verschwindet. Hoffentlich kriege ich das Material auch wieder zurück. Okay. Okay. Und... Kriege ich auch das Ganze wieder? Eins, zwei... Nein, ich kriege nur zwei. Oh, das ist ein Witz. Oh, mein Fisch. Der ist sicher schon im Arsch. Wurscht, lasst du liegen. Ne, aber jetzt hat er richtig durch ausgeschaut. Aber ich glaube, jetzt war er gut. Ich brauche kein Feuer dabei. Oh ja, geil. Gib, 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 gib. Das hier wollte ich hin. Ja, genau. So ist es. Das hätte ich bauen sollen. Ah, das ist mein Fehler. Ist es jetzt fertig? Ich weiß nicht, ob noch was dazu kommt. Scheint fertig zu sein. Alles gut. Wie sieht das aus? Professionell. Richtig professionell. Oh, da kann man das. Oh, das kann man lassen so. Ah, immer springen, das nervt. Und immer wieder das Drecksding hier machen, das nervt auch. Okay, ist durch. Aber es wird. Es wird YouTube. Aber es wird erst in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt nämlich jetzt speichern und beende den Part. Und ja, wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einigermaßen irgendwie unterhalten. Macht's uns gut. Haut rein und immer braver sein. Tschüssi.